Ja, ich begrüße euch mein Liegen, da bin ich mal wieder. Blac. 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 Geil Kopf God'sART. Folg. So, dann jetzt mal aufs Stumm. Ich glaube, mit der Zeit kommt da die Routine, dann lernt man das auch, aber passt schon. Ja, welcome back. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß, noch ein bisschen Lust zu Späderstand zu spielen. Dann wollen wir mal wieder ins Abenteuer versinken. Und eine Frage, die ich beantworten möchte, vom Spremen letztlich tatsächlich. Ja, ich werde jetzt erstmal auf Deutsch spielen. Ich meine, wenn da jetzt Wünsche bereit wären, dass vielleicht doch lieber die Englisch-Version lieber gesehen ist, verstehe ich es auf Englisch. Aber ich lasse es erstmal auf Deutsch. Und ja, in der Hinsicht lasse ich es erstmal dabei. Weil vielleicht manche von euch auch Deutsch besser verstehen als Englisch. Und es gibt schon sehr viele Let's Plays auf Englisch. Dementsprechend erstmal schön auf Deutsch. Ich bin auch eher die Englisch-Version gewohnt tatsächlich. Ich präferiere die eigentlich auch, aber so ein bisschen Deutsch formlich. So, los geht's würde ich sagen. Ja, genug gelabert. Jo. Wir haben ja jetzt die große Katastrophe schon erlebt. Und sollen jetzt zur Oberfläche zurückkehren, was gar nicht so einfach ist. Weil wir in diesem riesen Black Mesa-Komplex gefremd sind. Wo jetzt diese seltsamen Wesen auftauchen. Aber schauen wir mal, wie es sich entwickelt, nicht wahr? Ja, das ist so WAS, wir müssen ganz aber gucken. Wird matte Was sind denn jetzt? Wegen sind das für Dinger? Und warum tragen sie die Uniform vom Wissenschaftler zu? Habe einen erwischt! Wow! Alles klar! Los! Uh oh! Komm! Macht sich bestimmt gut in meiner Trophäensammlung! Ja! 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 Achtung! Die Fahrstühle in Sektor C sind ausgefallen. Bitte nicht benutzen! Okay, ich werde das Gebiet sicher. Mann, hast du den Schuss gesehen? Ja, sollte man treu fahren. Was? Wie nicht hier in der Sektor? Nein! Das wissenschaftliche Gasolane dektoren Sie hat das Gebiet sofort zu verlassen. Was? 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, 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 ja. Suspicious. Ja, 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 ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Juckt es Ihnen nicht auch in den Fingern ein paar von diesen Blutproben unter das Mikroskop zu bekommen? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 publiagran WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. 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 Hey. Okay. Das war's für heute. 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 Moment. Das war's für heute. So wiekass. Oh. Was ist das für ein Gestank? Oh. 70 stronger fewer than half. 40 % Oh mein Gott! Pui! Irgendwas ist hier schon ziemlich lange tot. Da würde ich mal in den Spiegel gucken. Ich habe einen Spiegel gesehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist Energie jetzt auf, wenn ich dich verteile. Ich bin so, ich bin so, ich bin so. Die 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 Shit Ich Oh... Behaupten Sie jetzt immer noch, die Chaos-Theorie entbiere jeglicher Grundlage? Ebenso-Zeichen kritisch. Phew! Ja, man merkt schon, ob es schwer ist. Jetzt ist es halt schwer, aber überhaupt nicht. Die halten aber viel aus. Wow. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich nach oben will. Was ist, wenn die Welt rausfindet, was wir hier unten gemacht haben? Das habe ich alles vorausgesagt. Stopp! Was? Das war wohl etwas sensibel oder so. Okay. 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 We are making progress. Los Bombs. Hey! Next we're out. Hey, was zum Zweifel machst du hier? Verschwinde nach oben. Ich hab gehört, dass Soldaten uns retten kommen. Piuu, das war knapp. Piuu, das war knapp. Piuu, das war knapp. Piuu, das war Kates. Piuu, diegüe. Piuu, diegüe. Piuu. Piuu. Ich bleib hier und verwache das Gebiet. Alles klar, ab durch die Mitte. 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 Das war's für heute. 20% Energie auf 40% 20% Energie auf 50% 10% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% Oh mein Gott, ich bin mehr davon, kann ich bald nicht mehr ab. Glaub lieber nicht an Wunder und Hilfe von außen, dann verzieh dich lieber nach oben. Okay, die Aufzüge funktionieren nicht. Aber wir können immer noch klettern. Bitte keine Sorge, ich bin Arzt. Ich halte sie auf, nicht wahr? Einem Kollegen ist man unter Wissenschaftlern doch immer gern behilflich. Ich werde hier bleiben und auf den Weg. Diagnostiziert. Nasty things. Hm. Mysterious. Hallo! Oh! Well gotcha. Oh! Ja. Oh! Ich kann nicht werden. Viel länger. Ich kann nicht mehr. Wir sind uns auf der Spur, das ist der einzige Ausweg für uns! Oh mein Gott, wir setzen in der Fall! Really? Ja meine Lieben, was geht hier wohl vor sich? Feind in Sicht? Eine Wandbombe? Hm, was erwartet uns da? Hm, es war ja diese Hilfe von außen erwähnt. Lass uns überraschen, das sehen wir nämlich in der nächsten Episode würde ich sagen. Hat mal wieder Spaß gemacht, ich hoffe ihr hattet auch Spaß. Für euch habe ich wie immer geflauscht, ich freue mich aufs nächste Mal. Und in dem Sinne würde ich sagen, alles Gute für euch geflauscht und Peace out!